Ich hab keinen Nutzen davon, ganz im Ernst, das ist Zeitverschwendung, wenn ich das Ding mir hole. So, was haben wir hier? Bitte lass es. Der Boss, es ist der Boss. Äh, scheiße, warte mal, Moment mal. Ah, doch, ich hab dann noch ein Leben. Okay, jetzt erstmal... Was könnte helfen gegen... Hm, durchschneiden? Draht durchschneiden? Äh, das ist kein Boss. Das ist ganz und gar kein Boss. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Ah, Mann. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Ah, der ist weg. Da kommt noch mehr. Toll. Ah, muss ich etwa... Nein. Heißt das etwa? Ich muss. Äh, Moment. Moment. Momentchen. Soll das heißen, ich muss diese beiden Viecher... ...so gut wie gleichzeitig töten? Wer hat sich das ausgedacht? Mann, ey, ey, nein. Äh, shit. So. Hä? Hey, hätte das nicht geklappt jetzt eigentlich? Ich... ...so. Hä? Noch mehr? Oh, Mann. Oh, shit. Aha. Ist das... Soll das jetzt ein Witz sein? Oh. Fuck. Wo bin ich? Da bin ich. So. Was ist jetzt los? Oh, ist das schön. Oh, ey. Was ist das neu? Ich will das nicht nochmal machen müssen. Ich muss aber wahrscheinlich. Was ist hier? Ey. Ist das übel? Ist das krank? So. Da komme ich lang. Ist aber irgendwie nicht so das Trickelndste. Äh. Ah, da unten lang. Okay. Ist das bekloppt? Das ist ja wohl... ...die Überscheiße ist es. Na kommt. Geht auf. Geht doch. Ich will nur hier... So. Da lang, da runter. Hoppa. Ey, nein. Ey, nein. Ich kann es nicht ab. So. Dort lang und dort hoch. Hopp. Und, ah, raus aus dem Kack. Schön. So. Und was kommt jetzt? Oh nein. Wieder sowas. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Okay. 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 Nochmal. So. Und wenn ich wieder Game Over gehen sollte, dann reicht das auch für heute. Nochmal schnell einen Cut setzen. So. Das wär's. So. Ey, das ist nicht... Das ist ungemütlich, ey. Ist das? So. Ach, apropos. Äh, Cut. Wegen der Sache vorhin. Da könnte man ja jetzt behaupten, äh, mach doch einfach, dass Fraps dir anzeigt. Und, ja, welche Framerate du hast. Und da wird ja dann auch die Aufnahme angezeigt. Tja, ist nur dann die Sache, das würde auch im Video angezeigt werden. Weil, keine Ahnung, ZS ist da sehr komisch. Ach, das zeigt's halt an. So. Und hopp. Und nochmal. Ey, was ist denn da gewesen? Hat der wirklich auf mich geschossen? So ein Arsch. So ein dreckiger Arsch. Ein böser Arsch. Ganz, ganz böse. So. Und dich mach ich kaputt. Und jetzt geh ich wieder auf Nummer 6. Tja. Hopp. Und du, du bist böse. Und ich, ich bin voll angepisst. Oh. Warum macht er das? So, komm. Mach was. Lass mich dich besiehen. Oh, fuck. Oh, ja, endlich. So, ein Stück weiter. Oh, fuck. Okay. Uiuiui. Das hätte wieder nach hinten losgehen können. Und hier komm ich hoch. Äh, bringt mir aber nicht viel. Juhu. So. Was ist dort? Ich wette, dahinter ist irgendwas. Aber da komm ich als Megaman schon mal nicht hin. Nein, das tue ich nicht. Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Ich will den Kopf treffen. Ich will, ja, ich will das Ding so zerstören. Ach, das war nur das. Und jetzt geht's weiter. Ah, zu dem Ding. Kann ich das umgehen? Kann ich? Hey, ich kann. Ist mir egal, ob ich jetzt... Genau. Denn ich fall ja nicht in die Stacheln bei sowas. Sondern. Scheiße, ey. Das soll jetzt nicht heißen, ich komm hier selbst mit Eiswoll nicht lang. Nein, tue ich nicht. Scheiße, ey. Moment mal. Äh, was war jetzt? Na nö. Oh. Mein Antivirus ist aufgegangen. Es hätte irgendwann ja mal passieren müssen. Tolle Sache. Ich mag's, wenn Antivirus der... ...keine Ahnung, natürliche Feind des Zockers zuschlägt. Moment. Ich muss doch jetzt nicht etwa... Hä? Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht... Das kann doch nicht... Muss ich mich wirklich sterben lassen? Es muss eine andere Möglichkeit geben. Hopp. Und hopp. Und... Äh, es war... Mann, oh. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Klasse. Ey. Da denkt man, man hat einen Geheimgang gefunden. Nora. Und was passiert? Tod. Ah, ey. Ich hätte so schön diesen Viechern ausweichen können. Diesen Drecksviechern. Die Drecksviecher der Hölle. Die ich überhaupt nicht mag. Aber nein, 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 nein. Das wird mir nicht erlaubt. Das ist... Das ist ein No-Go. Hey, machen wir das Exido einfacher. Nein, das dürfen wir nicht. Nein. Bitte. Ach. Ich könnte denken, der hat Skill, wenn... ...wenn das passiert. Und das... Das könnten wir nicht zulassen. Okay. Hoppa. Oh, puh, puh. Das war ja schon wieder mal schön knapp hier. So. Du willst da rauf und ich will hier rüber. Schön. Sind wir ja alle zufrieden. Äh, so. Ice Wall. Ah, wie schön meine Ice Wall doch ist. Ah, schnell weg mit dir. Oh, nein. Das hat nicht geklappt. So. Aber jetzt kommt noch einer und den kriegen wir weg. Weil ich weiß ja, wie das läuft. Und was ist und so. Oh, fuck. Jetzt wird's langsam kritisch wieder. Aha. Schön. So. Oh, Mann. Ah. So, wenn ich da hochkommen würde. Ich kann da vielleicht sogar hochkommen. Ich muss nur... Hm. Ah, scheiße. So. Jetzt nochmal. Und nein. Komm ich nicht. Okay. Die Erkenntnis. Das ist sehr wichtig gewesen jetzt. Es ist... Oh. Äh. Ich komm hier nicht weiter. Das gibt's nicht. Ah. Ja. Ja. Mach Megaman. Mach, 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 mach. Mach fünf. Ah. 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 Hey. Das ist so eine Scheißstage. Ganz, ganz, ganz doll scheiße. Hm. Also bitte. Bitte. Boss. Vieh. Was auch immer du bist. Ich hab dich ja, glaube ich, noch nicht gesehen, Dynamo Man. So. Erstmal muss ich wieder diese Kackviecher kaputt machen. Hm. Kein Problem. So. So. Oh Mann. Oh Mann. So. Erstmal. Weg. Alles. Na komm. Mach auf. Ah. Scheiße. Scheiße. Nein. Ah. Ah. Scheiße. Nein. So. Jetzt aber. Haha. Och. Ey. Wie sie mich nerven. Oh. Scheiße. Stimmt.